um sie ich habe es nicht auch immer das Auto da kann auch so Scheiße. Ist ja der Beschleunigung, da leckt mir was. Ah, 100 Stern, ach komm. Ja, ist gut, dann ist mit dem Auto. Was ist da von hinten, als wäre es nicht in den Kopf gekommen? Ja, ist ja gut! Ob das reicht von hier? Ich glaub's nicht. Ach, fick dich, du kleiner Bastard! Was ist das? Ich bin bereit. Auf den Feuer, Feuer, Feuer! Ich bin bereit. 505, die Anniabels auf der Frewein! Achtung! So, warte mal erst bis die Cops weg sind, das ist ja Katastrophes, was zu... Scheiße von wegen. So, nächster Versuch, an den Cargo Bob ranzukommen, mit dem schnellsten Auto, was es zwischen hier und, ähm, Blipper, die es hier gibt. Scheiße, ich sollte vielleicht doch mal ein anderes Auto irgendwie besorgen. Dann habe ich wahrscheinlich wieder mit dem Cops zu tun, das ist ja die Scheiße. Keine Chance. So, kann man vielleicht noch ein paar Motorrad fahren, ich glaube Motorrad wäre vielleicht cool. Schauen wir mal. Dann tun wir es da wieder mal. Verbinden wir es mit dem Motorrad und dann gucken wir mal, ob wir den Cargo Bob, Cargo Bob oder wie das Ding heißt, bekommen. Das ist super. Ich bin zwar drüben, aber da habe ich keine große Gewinnchance jetzt das zu schaffen, weil Militärbasis hier in Schlafhose oder was das ist oder Jogginghose ohne Schutz und ohne mein Fahrzeug. Mit Motorrad wäre es natürlich einfacher gewesen. Da sind sie, da sind sie ja. Ja. Ja gut. Aber scheiße, dass ich mit dem Motorrad hängen geblieben bin. Das ist kacke gewesen. Das wäre ziemlich episch gewesen, wenn das noch dabei gewesen wäre, weil dann hätte ich einfach vorfahren können. So, jetzt muss ich da bloß erstmal wieder hinfinden. Wo ist denn der Scheiß? Ist das hier irgendwo ja, ne? So, weil vorne rum reingehen, das ist ein Schmarrn, das brauche ich gar nicht probieren, da habe ich eh keine Chance. Dafür bin ich zu schlecht. Ah, fuck you doch, das kann doch jetzt nicht den so ernst sein. Mission fehlgeschlagen, weil du auf die andere Seite fährst. Wo ist denn jetzt das fucking Motorrad? So. Ich muss jetzt rechnen an der Basis fahren, oder was? Scheiße, dass das jetzt gerade nicht funktioniert hat beim ersten Mal. Der Sprung war richtig gut, ey. Juhu. Okay. 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 Let's go. Das hier, das, was ich mein? Ja. Nee. Ähm. Scheiße. Ich glaube, ich bin auf der falschen Seite, oder? Ja. Ich denke mal, ich muss noch auf die andere Seite. Ups. Sieht schon besser aus. Ja, du Arschloch. Ja, echt, ey. Nein, ich will das jetzt nicht überspringen. Ach, Fick, ey, was ist denn heute los? Äh, heute, heute klappt gar nichts. Was muss man mal als einer erklären, warum der dann jetzt so rübergezogen hat? Weil wenn der Krauss weitergefahren wäre, dann wäre der nie an mich dran gestoßen. Was ist denn? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich brauche ein bisschen mehr Anlauf. So, nächster Versuch. Na super, ich bin wieder drin und diesmal ist mein Motorrad auch drin, sehr gut. Reicht das jetzt aus, um da durchzukommen? Darf ich da rein? Ja, sehr schön. Ja, 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 ja. Alles klar. Jetzt geh halt drüber. Boah! Ich sterbe jetzt wieder vorher wahrscheinlich. So. Ja, ich hab nen Cargo Bock schonmal. Jetzt hoffen wir, dass wir den Cargo auch schaffen, da mein Ziel zu kriegen. Ich muss, wie gesagt, dazu sagen, ich hab keine Ahnung, wie man so ein Ding fliegt, ne? So. Ja, ja, ich werde die Flugstunden nehmen mit Michael. Oh, hi Trevor. The Air Force are missing the chopper. They lost one, aren't you? We took it, you dick. Add it to the list and I'll tell you when we got the rest of it. So. Also, ich hab auf jeden Fall Flugstunden nehmen müssen. So, ist das da unten schon mal Hangar? Sieht aus wie ein Landeplatz. So, ist das da unten schon mal Hangar? So. 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 So.